Seid ihr herzlich willkommen! Tagesimpuls am 15. Oktober Diesmal arbeite ich mit meinen eigenen Katzentaro-Karten. Die Deutung ist anders wie bei klassischem Taro. Und was erzählen die Katzen? Es ist wichtig, dass Du auf Deinen Gefühlen achtest. Es kommen Erinnerungen von Vergangenheit. Vielleicht sogar Tränen oder Traurigkeit, was diese Erinnerung auslöst. Aber Du bist hier und jetzt. Und Du schließt die Vergangenheit ab. Bist mutig. Du weißt ganz genau, jetzt kommen Handlungen. Und Du kannst Dich beweisen. Aber wenn Du traurig bist, wegen der Vergangenheit, wegen verletzten Gefühlen, dann geht das nicht voran. Dann blockierst Du Dich selbst. Wichtig ist, Deine Schritte zu machen. Deine Entscheidungen zu treffen. Das, was Dich gerade begeistert, was die anderen dazu meinen, kann doch egal sein. Und wenn Du Dein Wille durchsetzt und Du die Entscheidungen triffst und übst, Dein Stolz und Dein Selbstliebe geht alles voran und Du bekommst Ansehen, Anerkennung, weil Du hast eine stolze, glanzvolle Auftreten. Und das war dieser Tagesimpuls. Es besteht die Möglichkeit bei mir, eine Tarolegung buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich wünsche Euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Aus der Schweiz 12,50 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro.